Ein neuer Ford Transit steht hier zum Verkauf. Neun Personen haben in diesem großen weißen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Tempomat und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 101 PS auf ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.